Es ging mir nicht so gut in dem Sommer. Es war der Sommer der Trennung von deiner Mutter, Kina. Es war Wahnsinn. Es war eine furchtbare Zeit. Ganz ehrlich, furchtbar, furchtbar. Am Ende hatten wir nicht viel mehr gemeinsam, als dass wir am gleichen Tag Hochzeitstag hatten. Die Zärtlichkeit war irgendwie weg. Sie hat mich nur noch gestreichelt, weil sie dachte, ich sei unser Hund. Dabei hatten wir gar keinen Hund. Mein Gott. Und ich kann mich noch erinnern, als deine Mutter mich deiner Oma vorgestellt hat, ihrer Mutter. Und deine Oma, weißt du, wie sie reagiert hat? Sie hat geschrien, A Türk, warum A Türk? Wieso ausredet der Türk? Ich heiße Dirk. Dirk. Ich weiß selber, dass der Name nicht schön ist, aber was soll ich tun? Dirk war letztes Jahr in der Liste der beliebtesten Bubenvornamen in Österreich auf dem letzten Platz. Drei Plätze hinter Adolf. Einzige Gute an Dirk ist, ich kann ihn abkürzen. Ich schreibe mir mal dr.stermann. Und glauben die Leute, ich hätte studiert. Ich hatte Konstantin Dirk hochwertig. Vielen Dank.